Und damit möchte ich euch herzlich willkommen zurückheißen, ja, nur noch 6 Folgen, dann haben wir 100 erreicht, hm, Jubiläum, wuhu, nein, ist jetzt bei mir nur das Problem, ich habe wirklich kaum immer was bis über 100 geschafft, ich glaube das letzte Mal war bis 147, 148 und jetzt versuche ich wirklich über die 200 noch sozusagen zu knacken und das schaffe ich auch mit diesem Format sozusagen, weil ich mache ja nur immer 10 Minuten, also so 10 bis 15 Minuten Folgen und es kommt bei mir mal, ich finde es meiner Meinung nach eigentlich ganz gut, dass es so läuft, wenn es jetzt jemanden stört, ja gut, dann soll er mich deabonnieren oder wenn es ihm gefällt, kann er ruhig ein Abo geben, also ist jedem seine Geschmackssache, ich bin sowieso nicht der große YouTuber hier, deswegen mache ich mir doch eigentlich keine Hoffnung, deswegen so So, und wir werden aber mit der Hoffnung, dass unsere Schienen hier reichen, den Weg bestreiten, aber ich glaube mal schon So, dann können wir hier später vielleicht noch, oh, guck mal, da können wir hier noch ein paar Fackeln einsetzen, hier Und dann haben wir nämlich schön die Boosterschienen versteckt, schön das Wetter versteckt, das ist doch super So, und hier hinten ist es dunkel, das ist natürlich klar Sollten wir vielleicht mal hier ein bisschen Licht hin, in die Sache bringen Dann hier noch vielleicht Und dann vielleicht hier so eine höhere Boosterschiene, das ist doch super Dann könnte man vielleicht doch Wenn man es möchte Hier Holz hinsetzen Das nehme ich gerade zu meiner Sache, das würde glaube ich gut aussehen Dann könnten wir zumindest das Holz hier drinnen Und hätten sozusagen einen Bahnsteig, beziehungsweise das wir daneben laufen könnten Nicht, dass unser Zug uns irgendwann überrollt So, und dann machen wir wieder hier Fackeln hin Da passt irgendwas nicht Oh Und wenn man das da drunter sitzt, dann passiert das natürlich auch, dass man da keine Energie drauf bekommt Aber der Rest ist okay Der Rest scheint okay zu sein Ähm, jetzt werde ich mal schon mal 2,6 nach unten entpfeffern Für Das hier Sind wir denn hier gerade, hier sind wir da rum Ah, hier haben wir es mal lang So So 2,3 So, jetzt versuche ich mal gerade Wie viel schaffe ich denn mit einem Stack Sprich, wenn ich die Treppe runtergehe Weil die Treppe ist ja immer gleich Schaffe ich denn mit einem Stack komplett rum? Ich glaube ja weniger Sind ein bisschen mehr als ein Stack Oh Ja, das ist natürlich klar, dass das jetzt hier so schnell weg geht Weil hier nur trockene Erde ist Und kein grünes Gras Ich schaffe es nicht ganz Aber zumindest schaffe ich viel So, vielleicht schaffen wir noch hier ein bisschen Ähm Dann mache ich das denn hier noch weiter Ah, ich ziehe es zumindest hier hin Da kann man es einziehen Den Rest behalte ich Warte mal, ich kann noch 20 Stück machen Den Rest behalte ich erstmal Müssen wir noch nicht schauen Wie weit unser Kart denn ist Das müsste eigentlich schon fertig sein, oder? Jujo Meta, sieben Stück Wow Also acht haben wir schon, acht Stück So sieht man mal einen Stopp Oh, hier ein bisschen bewegen Das nervt nämlich, wenn die Äh, das Kabel von der Maus Immer zwischen den beiden Flaschen schlägt Äh, nö, da ist es Unser Kart ist fertig Äh, Coal Advanced Basic Farmer Fertilizer Well, genau Da ist das nämlich fertig Da habe ich es nämlich auch schön in der Hand Nice Nice, 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 nice So, jetzt brauche ich nämlich noch Ähm Zinn Habe ich noch ein paar Wie glaube ich denn hier noch Zinn bauen? Ähm Machen wir mal 64 Stück Sollen wir mal nicht so sein Ähm Dann kann der Rest Mist ja eigentlich erstmal irgendwo in die Kisten reinlagen Ich habe nicht gerade null Bock, das irgendwo so zu zitieren Jetzt füllen wir mal hier im Wasser drauf Das muss hier irgendwie schneller gehen, das sollte ich mal irgendwie auffüllen hier. Aber ich glaube, mit dem Stack soll hier mal gut auskommen. Zack. So. Die Turtles. Ich hab die schon wieder da reingeschmissen. Und wo hast du die zwei Kisten abgebaut? Ähm, hallo? Der hat doch grad zwei Kisten abgebaut, der hat doch grad zwei Kisten im Inventar gehabt, oder? Ähm, kann das sein, dass du einen Spawner vielleicht gefunden hast? Das wäre natürlich vermutlich. Und käsig wär das. Äh, er hat einen Spawner gefunden. Er hat auch komplett abgegrast. Haha. Ich weiß auch nicht, was das jetzt für einer war. Schade. Wärts vielleicht gut geworden, wenn ich das gewusst hätte. Naja, Pech gehabt. Gut. Gut. Gut, wir müssen weiter hier die Kapseln auffüllen. Oh ne, jetzt hab ich keine unendliche Wasserquelle mehr. Dammit. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululun. Oh nein, jetzt hab ich wieder keine unendliche Wasserquelle. Ach gär, ist das nervig. Dann komm mal eben her. Du musst ja irgendwo Wasser herbekommen. So. Immer schön gegenüber irgendwie versuchen. Dankeschön. Jetzt haben wir 64 Stück. Jetzt brauche ich noch die Lava-Kapseln. Äh, 64 Stück. Danke. Dann brauche ich vielleicht Kohle. Da haben wir doch bestimmt normale Kohle noch übrig, oder? Ja. Aber nehmen wir mal hier so 1, 2, 3 Stacks raus. Dann. Unser Essen. In der Position setzen. Die Kohle. Wir brauchen jetzt vielleicht Samen. Samen, Samen, Samen. Da haben wir 1 Stack. Äh, da haben wir 2, 3 Stacks. Was haben wir hier noch so? Ah, ich habe noch was. Und die nehme ich hier mit. Und das nehme ich auch noch mit. Das ist nämlich unser Fertilizer. Ja, da müssen wir vielleicht mal in die Hölle nochmal gehen und zum Knochen-Fragments-Aktion starten. So, jetzt würde ich sagen, hier, Kart hin. Gehen wir auf deine Position. Du kannst Kohle aufnehmen, du kannst es aber nicht mit reinnehmen. Das passt. Äh, wir machen Lava auf High und hier vielleicht auf Medium. Dann füllen wir mal die beiden Tanks hier auf. Zack. So. Sieben, was da zählen kann. Wo kann ich denn nur ein paar Lava hinnehmen? Okay. Das sollte mir auch recht sein. Jetzt brauchen wir noch das. Das gefährt dann nämlich schon los. Ach, jetzt so. Jetzt habe ich noch kein Knochenmehl für dich. Das geht aber auch Ritz-Fitz. So. Fülle mal Knochenmehl auf hier. Okay, das sind nämlich alles schön verbraten. Was hat er denn oben drin? Ich weiß es gar nicht. Was hat er oben drin? Ah, sieht das geil aus. Können wir da noch mehr machen? Ne. Leider nicht. Sonnenkohle kann er auch noch verbrennen. Und jetzt schlummert hier die ganze Zeit seine Samen hier durch. Ich könnte hier sogar sagen, in Gelb oder in Grün. Tun wir noch Samen hier rein. Machen wir mal hier in Gelb. In Gelb. Ihr habt das. Und dann kannst du hier noch deine Samen hier reintun. Seeds vielleicht. Wollen wir es denn? Oder hat er das schon hier wegen? Dann kommt hier nämlich hier. Achso, da kommt das hier rein. Und hier kommen die Seeds rein. Das muss ins Ding rein. Das muss ins Kart rein. Und jetzt habe ich noch Fertilizer, glaube ich, ne? Dann können wir das mal so ausprobieren. Was fällt denn als erstes an Gelb? Dann soll er hier Gelb das machen und hier vielleicht Fertilizer bei Grün noch. Fertilizer Grün hier. das an.